Hallo und herzlich willkommen zu einem Gameplay von Dirty Bomb. Die hat es mir angetan, die ist toll, also ich mag die Map, vor allem wenn man halt Angreifer ist, weil dann geht es so richtig los, alle denken so, what the fuck, nein, Hilfe, Scheiße, verteidigen da rum und du knallst die einfach alle weg, aber auch eigentlich teambasiert, weil du brauchst auch halt sowas wie einen Sanitäter oder einer, der dir Muni gibt. Und es ist irgendwie, lasst mich in die Lüge da, irgendwie schon Team Fortus 2. Joa, und ich pausiere das immer und wir sehen uns gleich wieder, weil ich mach glaube ich das Spiel mal ein Ticken lauter. So, wir sind jetzt im Game, nehmen den Skyhammer, der hat bei mir so eine schöne AK. Wie es aussieht, sind wir schon fast am Ende, was aber nicht schlimm ist. Und wir hoffen sich jetzt nicht schon direkt verrecken. Sowas wie Granaten gibt es jetzt nicht so wirklich, sondern jeder hat so ein eigenes Special Item. Halt, einer hat die Torrents, also Geschütztürme, einer hat einen Airstrike, den hab ich, weil ich mit der Klasse gespielt, die ein Airstrike hat. Und die andere hat einen Defi und eine Heilbasis. So, schmeißen wir mal den Airstrike runter. Holen uns die. Machen wir mal da unten, mal hier ein bisschen. Oh, ist der. Bam. Also auf jeden Fall, das Game macht richtig Bock, finde ich. Macht mir sogar mehr Bock, als die meisten Games erwartet. Erstmal hier ein Ammo Package schmeißen. Und wir haben so einen tollen russischen Akzent, das ist auch toll. Viele, die einen russischen Akzent haben, also der Charakter, der einen russischen Akzent hat, der hat direkt einen Sympathiebonus bei mir bekommen. Zack, wir haben nochmal so einen R-Marker. Uah. Haha. So. Also auf jeden Fall, ich mag das Game, das macht mega Bock. Ich kann es eigentlich jedem empfehlen, weil es ist sogar free to play. Das ist das geilste von allen eigentlich, weil free to play. Und dann eigentlich mega geil, vor allem, dass man halt so Wandsprünge machen kann. Das zeige ich euch mal, da bin ich noch nicht gut drin. Das habe ich auch noch nicht so lange. Im Blut. Man muss ja am meisten rumjumpen, also das Spiel ist richtig schon skillig. Man kann sich zwar auch ganz viele Waffen und so kaufen, aber es ist eigentlich auch freundlich gegenüber normalen Spielern, also die Map vor allem, weil die andere Map, ich glaube, das war einfach die Stadt, die war richtig scheiße, also richtig gezockt, dachte ich mir nur so. Nee, ne. Weil alle mit ihrer Sniper, die man noch nicht selbst beigeschaltet hat, die Klasse. Killen einen total, jumpen rum, machen einen auf Crazy Motherfucker of the Universe und bauen da richtig, die machen da so richtig Party. Ja. Ha. Ja, ja, ja. Geht da lieber noch nicht rein, Leute. Da ist ein Typ. Fuck, der hat uns gekillt. Da unten sieht man Aura, ist die mit dem Wiederbeleben. Und der Bush-Hacker, Bush-Hacker, der ist der mit den Turins. Wir nehmen mal die Aura, auch wenn ich die nicht so mag, ich mag eigentlich nur den und seinen fetten Airstrike. Und so, weil die hat so ein Visier. Ich mag Visier zwar an Shootern, aber nicht auf jeder Knarre ist das so geil. Und die fühlt sich, die Waffe schießt auch viel zu langsam. Und wir haben verloren. Schade, weil das hätten, wir hätten das zerstören müssen. Und dann guck mal, so eine End-Zerstörung-Sequenz ist auch meistens cool. Aber leider haben wir jetzt verloren. Zweiter. 888 Punkte. Schnappszahl. Da erstmal einen Vodka rein. Prost. Nein, ich war's. Auf jeden Fall, da oben die mit ihr Noobs, Noobs. Das sind halt die ganzen Ultrasuchtis. Wenn wir gucken, Sparkling Water. Ich weiß nicht, welches Level der ist. Da ist Level 24. Ja, also. Das Game ist mega geil, finde ich. Solange wir nicht die Map spielen. Oder was? Keine Ahnung, ich nehme jetzt Train Yard. Ich hoffe, wir kommen nicht auf die Map, die ich meine. Das ist halt so eine Stadt gewesen. Die war so kacke und der eine mit seinen Noobs. Ey, was ist das für ein Oberschpacken? Aber was ist das für ein Mungo? Sparkling Water. Das ist bestimmt... Natürlich, er spielt auch ein bisschen eine Sniper-Klasse, glaube ich. Eine von denen ich bist bestimmt eine Sniper-Klasse. Meine Güte, wie der abgeht, Huber-Sohn. WTF. Match startet in 5, 4, 3, 2, 1. Oh, und der ist der Gegner, sagte er. Und da ist Soap Mac Tavich. Oder Tavich, keine Ahnung. Der Mungo ist MW2, MW3 und MW1. Also MW-Wuffer. Ich bekomme jetzt so viel Hate, wenn irgendjemand das Video sieht. Oh mein Gott, Soap Mac ist nicht scheiße, du bist scheiße, du piep. Boah. Ist mir fuck egal. Was ist Anykay? Du continue. Nee, das habe ich noch nicht gespielt, die Map. Das heißt, wir sind wieder die Defender, wie es aussieht. Wir nehmen Sky-Hammer und deploy now. Ja, wir sind die Verteidiger. Die Map ist so groß, ich mag eher so enge Maps, wo man richtig rumjumpt und die killt. Wie halt Underwater. Ja, wo wo, ich habe auch so einen Besen oder so. Baseball-Schläger. Ich muss ein bisschen rumjumpen hier. Received help. Wir haben ein bisschen Leben dazu bekommen. Hangen wir den Air-Stock-Marker wieder da rein. Ich weiß nicht, ob irgendwas das bringt, weil da ist ja ein Dach drüber. Schmeißen wir einfach mal. Wir brauchen irgendwas zum Wummschmeißen. Und ich wurde gerade in der Luft gekehlt, das sieht man da. Und es gibt halt eine lange Zeit, wo wir nachspawnen können. Wir können auch wiederbilden werden, solange unser Charakter dann so winzelt. Weil sonst wäre es ja blöd, wenn man einfach direkt down wäre. Wäre die Wiederbildungsklasse für den Arsch. Finish Assist. Ich brauche ein bisschen Hilfe, Leute. Ach, hier ist ein bisschen Hilfe. Finish. Stimmt, ich bin der, der mit der Muni. Hupsi, ich vergesse das immer, dass man selber hier Muni eingeben kann, wenn man halt unterstütze alles. Und ich habe vergessen, dass der Air-Stock nicht immer funktioniert. Und hinter mir war ein Gegner. Oder ein Kumpel. Ich kann leider nicht hinter mir gucken, wenn jemand Ammo sagt. Zum Beispiel. Tut mir leid, wenn das meine Schuld ist, aber... Ich bin nicht der Best in the Game. Ich bin, glaube ich, Level 3. Ich bin Pro, wenn ich Level 4 bin, dann kann ich mein Goldpack noch nehmen. Ich bin, glaube ich glaube ich. Der ist auch down, aber ich kann jetzt nicht da hinrennen, weil ich nicht genug Leben hätte, um da was reißen zu können. Jetzt könnte man mich zum Beispiel niederbeleben, aber er hat die Track Gate geclosed, heißt, man kommt nicht so einfach rein, man muss da irgendwie rüberspringen. Ich kenne die Map nicht, deshalb schätze ich mal, weil man kann nicht einfach sagen, so, ich drück jetzt eben, die Tür ist wieder offen. Oder? Kann man ab und wieder die Tür öffnen? Nee, kann man nicht. Man kann sich auch leider, 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 leider nicht hinlegen, weil das wäre cool. Na, schade, gestorben. Also das Rumjumpen, ich finde die Map Underground am besten, die macht mir am meisten Spaß, weil, man kann hier einfach, die Map macht mir mehr richtig Bock, weil man rumjumpen kann. Es gibt High Ground und Low Ground, das heißt oben oder unten ist man halt. Und so, und nicht so, so Maps, wo man, so wie gesagt, ne flache, flächere Ebene hat, ne flache Ebene halt. Ja, ich mach schon. Verteidig mich mal bitte, danke. Also das ist doch die beste... Ah mein Gott, Leute. Verteidigung, Wurst. Und ist das dein Ernst, du willst das jetzt... Das war, das war ein... Ihr Sanitäter, aber er hat uns nicht geheilt. Er wollte lieber, dass die vier selber machen und damit die Punkte ernten. Das gibt's leider auch in diesem Game. Sehr oft. Oh, fuck. Schon wieder Recute. Oh, fuck. Schon wieder Recute. Oh, jetzt wollen wir Recute denn dann noch. Hm. Na, vier gegen vier. Wackeln in Water. Geben wir auch ein Sack. So, defused. Boah. Und da wollen wir abgeknallt von hinten. Jetzt mal ein bisschen sprayen. Bei Spray Damage Best Damage. Oh mein Gott. Stick together, wir sind wirklich zusammen. Stick together. Oh, alle dauernd. Fuck, schon wieder. Komm, 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 Leute. Wir wollen doch nicht verrecken und verkacken. Ich hab nen Baseballschläger des Todes. Aber den benutze ich nicht. Vielleicht jetzt. Mach dich Matsch. Fuck. Der hat auch nen Gold-Skin. Das sind halt die Obermauer-Fucker-Skins. Hm. Es gibt da unten ja immer so Karten. Und die Rated, die ich hab, ist ne Silber-Karte. Das ist nichts Besonderes. Ja, deshalb. Und das Problem ist, wenn die Leute dann irgendwo anfangen zu campen. Also die Gegner. Ja, dann kannst du auf den Sack gehen. Und deshalb mach ich die Map hier underground und so. Weil da ist das Campen jetzt nicht wirklich so groß, weil man da viele Gänge hat, um weiterzukommen. Wir haben gewonnen. Und am Ende bin ich schon gestorben. Wuhuuu. Am Ende gestorben. Get our lives. Bei Elohit. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wir haben gewonnen. Ich bin letzter. Aber ich bin auch in Level 3. Auch wenn der Level 7 da ganz oben ist. Aber. Was soll man sagen. Wir haben hier gefällt das Spiel. Es macht Spaß. Ich hab noch ein Equipment Case bekommen. Das ist toll. Gehen wir mal raus aus dem Match. Und öffnen das. Weil ich hab jetzt zwei Stück. Eins leider erst mit Level 4 öffnen. Hier zum Öffnen halt. Mahine Güte. Wenn man irgendwie in diesem Match war. Das Reden fällt mir schwer. Man kann auch sagen, weil ich überhol bin. Keine Ahnung. Ist mir egal. Auf jeden Fall. Was haben wir was tolles. Gib mir bitte einen guten neuen Charakter. Und nicht wieder irgendeinen. Oh. Die Waffe dann gefällt mir. Artie. Hey Artie. Start mal nach. Hm. Okay. Die hat eine okaye Stabilität. Den packe ich rein. Was hat der? Oh. Schnelleres Waffen switchen. Das ist cool. Das ist toll. Aber ist ja auch einer mit. Ja mit seiner Artillerie bestimmt. Weil. Da ist der Artie. Wo ist mein Profil? Meine Mercs. Weapons. Ja ich hab halt nicht viel. Store. Ich hab. No. Ich hab kein Geld dazu bekommen. Schade. Weil sonst hätte ich gesagt. Komm wir kaufen uns einen tollen Charakter oder so. Auf jeden Fall. So. Das war es mit dem ersten Part. Der zweite Part erfolgt direkt. Weil. Das Game ist. Geil. Geiles Fuck. Deshalb. Kommt jetzt nochmal ein. Gameplay davon. Vielleicht kommen auch zehn Stück davon. Keine Ahnung wie lange ich Bock auf dieses Game habe. Weil das Game. Ist geil. Es macht Bock. Es macht Spaß. Nicht so wie. Die meisten anderen Spiele. Die immer das gleich und das gleich und das gleich. Da passiert immer was anderes. Weil andere Spiele da sind. Und. Die nicht immer sagen. Okay. Dann. Ist meistens vielleicht einer da richtiger Pro. Der. An der Wand rumjumpt. Als wäre er besessen von einem Dämon oder so. Als hätte Hitler ihn besessen. Keine Ahnung. Oder halt jemand der ruhig vorgeht. Und einen richtig. Von hinten leise. Absticht oder so. Das. Game ist mega. Ich kann es euch wärmstens empfehlen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich bin. Raus. Tschau.